Mein Name ist Marco Siegelmann, ich bin seit 2015 der Bürgermeister der Stadt Falkenstein im Vogtland. 2009, als die Firma Hatzner sich in Falkenstein angesiedelt hat, war ich Mitglied des Ortschaftsrates in Orwell-Aderbach, Mitglied des Stadtrates hier in Falkenstein. Dann habe ich natürlich mit großem Wohlwollen auch das Ansiedlungsansinnen der Firma Hatzner mitverfolgt. Und wie gesagt, bin ich heute sehr, sehr dankbar. Ja, die Reaktionen waren damals grundsätzlich positiv und von Anfang an war der gemeinsame Wille spürbar, dass Interesse der Firma Hatzner Online an einer Ansiedlung bei uns in Falkenstein ja die gewisse grundsätzliche und technische Voraussetzungen gebraucht hat, auch in die dort umzusetzen. Man hat das damals übrigens sehr gerne getan, das sage ich auch heute und hier mit voller Überzeugung, weil mit der Ansiedlung der Firma Hatzner Online bei uns in Falkenstein und im Vogtland etwas ganz Neues, ein moderner Industriezweig mit neuen Angeboten für junge Menschen entstanden ist. Die Firma Hatzner ist jetzt tatsächlich schon fast 15 Jahre bei uns in Falkenstein vor Ort und man kann in diesen 15 Jahren oder in diesem Zeitraum mit großer Dankbarkeit von einer beispielhaften Entwicklung sprechen, der Firma Hatzner am Standort. Es ist eine absolute Erfolgsgeschichte. Alles, was Herr Hatzner vor rund 15 Jahren mit unternehmerischem Weitblick im Kontext der Ansiedlung beziehungsweise der Investition genau überlegt, geprüft und ganz sicher auch nachgerechnet hat, ist heute beeindruckende Realität. Natürlich hat die Firma Hatzner Online die Entwicklung der Stadt beeinflusst und das natürlich durchweg positiv. Dass wir als Kommune, als Stadt in der jüngeren Vergangenheit und in der Gegenwart in die Zukunft investieren konnten und können, dass es uns so gut geht. Daran hatten eben vielen anderen Unternehmen und Gewerbetreibenden, vor allem Hatzner Online, einen wesentlichen und nicht mehr wegzudenkenden Anteil. Egal ob unsere Schulen, die Vereine oder andere städtische Einrichtungen, alle haben von der Ansiedlung von Hatzner Online profitieren können. Ich weiß, auch der soziale Zusammenhalt der Gesellschaft spielt für das Unternehmen eine große Rolle. In vielen Fällen bringt Hatzner Online immer wieder Menschen zusammen, neue Netzwerke entstehen und ich bin ganz sicher, die Früchte dieser Sort werden den unternehmerischen Erfolg auch zukünftig sichern. Ja, die Zusammenhalt mit der Firma Hatzner oder insgesamt unter allen Beteiligten war natürlich immer auf Augenhöhe, war immer gut oder war immer zielführend. Das war damals so, vor rund 15 Jahren ist es heute noch so. Es geht ja Gott sei Dank immer weiter auch am Standort. Wir wissen glaube ich als Partner beide, was wir voneinander haben und ich denke auf diesen Säulen oder auf diesen Eckpfeilern lässt sich natürlich auch in Zukunft dort was Vernünftiges aufbauen. Die Reaktionen der Bevölkerung waren, denke ich, auch sehr, sehr positiv. Die Bevölkerung war zum damaligen Zeitpunkt natürlich genauso neugierig wie wir als Stadt selbst, was dort entsteht, dass was Neues entsteht. Ein völlig neuer Industriezweig mit auch der Generierung von zahlreichen Arbeitsplätzen. Das sieht man ja auch heute ganz deutlich. Auch die Bevölkerung hat ja im Nachgang, wie gesagt, von der Ansiedlung profitiert. Im Zusammenhang mit entstehenden Arbeitsplätzen auch bestimmte Firmen von außerhalb mit eingebunden sind, die dort mit unterstützend extern dazugekommen sind, wo auch durch die Bautätigkeit die Region davon profitiert hat. Also ich bin heute noch überzeugt, dass die Bevölkerung die Entwicklung von Hatzner positiv gesehen hat und heute noch sieht. Und ich glaube, das ist spürbar. Also ich habe noch keinen gehört, der bei der Firma Hatzner gearbeitet hat, der unzufrieden ist. Also alle sind eigentlich sehr, sehr dankbar, um arbeiten zu dürfen. Ich glaube, es ist ein tolles Miteinander. Es wird sich geduzt. Ich glaube, es ist so auch eine Firmenphilosophie. Also man will ja auch die Nähe oder das Miteinander leben. Und ich denke, ein gutes Team macht gute Arbeit. Ja, das ist schon, wie gesagt, sehr beispielhaft. Hat man selten solche Unternehmen oder solche weitblickigen Unternehmer, die dann mit einem gewissen Mut und einer Risikobereitschaft so etwas auf die Beine stellen. Das ist schon toll.